Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist die Lösung dieser Aufgabe? Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Das hoch 3 bedeutet, dass wir die Wurzel dreimal mit sich selbst malen nehmen müssen. Jetzt können wir die ersten beiden zusammenziehen. Aus zwei kleinen Wurzeln können wir eine große Wurzel machen, also Wurzel 3x3. Die hintere Wurzel übernehme ich. 3x3 unter der Wurzel ergibt 9, die hintere Wurzel übernehmen und die Wurzel aus 9 ist 3. Also 3xWurzel3 oder kurz geschrieben 3Wurzel3. Deine richtige Antwort, Antwort A. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.